Los! Los! Da ist dein Heim! Oli! Aaaaaaaah! Aaaaaah! Du bist am Dufer! Du stell' mich hier raus! Halt mich hier raus! Ich bin ganz froh! Schnell hierher! Du schaust! Ne, ist eine Flotte! Hey! Ich bin auch auf der Straße! Land rein in die gute Stube! Halt mich! Wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft, Kinder! Er war direkt unter uns! Ich hab' ja gesagt, da bleibst du auf! Ich hab' ja ziemlich geschworen! Ich hab' ja auch nicht mal die Eröffnungsfeier mit, dass ich den Schulstuhl schließe! Schließ' ich! Ah! Schau' ich aus! Jetzt bin ich ihm waschen! Ah! Kelly! Kelly! Wo bist du? Kelly! 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 Wir hol' uns aus! Was ist denn das, verdammt doch mal? Ein Hai! Haltet euch fest, doch nicht! Schau' ich! Oh! Aaaaah! Aaaaaaaah! Ich bin fast gehört! Wir haben noch mehr accommodation! Ich komm' schon zurecht! Wir sind nicht auf der Richtung! población! Manche, sie sind in Gefahr! Das ist die Sensation. Los, holen wir die Kameras. Ist ja gut. Ihr seid ja lange gut gerettet. Er steht nicht zu drum rum. Ruf deinen Krankenwagen. Haut ab! Er spart uns nicht den Weg. Gibt es in dieser Suchanlage keine Realität oder? Ich hab Angst, Mami. Halt sie fest, Kelly Mike. Wir brauchen einen Krankenwagen. Kümmern Sie sich schon. Ruhig dich, Kelly. Gut gemacht, Philipp. Rennen Sie das Handbuch fest, so bis der Krankenwagen kommt. Keine Angst, Peter. Das bringt mir schon immerhin. Ich bin ja bei dir. Ich muss keine Narbe zum Vorzeigen. Nicht mehr. Soll ich das Gatter offen lassen? Cindy und Sandy sind noch draußen. Das ist schrecklich. Nein. Wir können nicht noch mal riskieren, dass dieses Riesenvieh hier hereinkommt. Hey, Schaum, alles klar? Ja. Ja, ich will. Ich werde mit Kelly mitfahren, okay? Lass es lieber. Du kannst dir doch nicht helfen. Was ist denn jetzt, Herr? Keine Ahnung. Achtung da draußen. Hier ist Calvin Bouchard. Darf ich Sie bitten, einen Augenblick zuzuhören. Aufgrund technischer Unregelmäßigkeiten sehen wir uns leider gezwungen, das Unterwasserreich vorübergehend zu schließen. Alle Besucher, die sich noch in den Unterwassergängen befinden, werden jetzt von unseren Hostessen ins Freie geführt. Und bitte, folgen Sie Ihren Anordnungen. Dann werden Sie schnell, ohne Komplikationen und sicher nach oben gelangen. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.